Heute... Ist schon an? Ja. Hallo! Heute! Hallo! Hallo! Heute habe ich meine Schwester bei mir. Hallo! Das ist Elena. Und wir haben für euch eine Candy Challenge von unserer Kindheit. Genau. Von unseren Kindheitssüßigkeiten. Und wenn ihr das sehen wollt, bleibt einfach dran. So, wir machen das heute jetzt ein bisschen anders als die anderen Candy Challenges. Wir haben uns einen Schal zur Hand genommen von unserer Mami. Und werden Elena jetzt die Augen verbinden, weil die weiß natürlich noch nicht, was ich gekauft habe. Weil ich habe einen gekauft. Aber ich habe die Sachen eben auch schon jahrelang nicht mehr gegessen. Und sie muss erstmal erraten, was das ist. Und dann probieren wir es bald. Okay? Ja. Und du darfst auch reingreifen und das ist cool. Ja, ich habe jetzt erstmal die Oys. Kannst du das sehen? Ja. Nein! Du darfst nichts sehen. Okay, ich habe jetzt so ein Schiebgericht groß. Ich vermisse das mal ein bisschen. Ich habe halt nicht alles gefunden, was ich jetzt wollte, aber egal. Jetzt hast du hier die Tülle. Dann greif mal rein. Ich mache das mal kurz auf, weil da sind mehrere Sachen drin. Das ist sowas, das hatten wir, glaube ich, früher immer. Ich weiß gar nicht wann. Zu Geburtstagen gegessen. Sagst du mir auch nicht, ob das Schokolade ist? Nein. Du darfst jetzt mal eins aussuchen. Ja. Das ist... Oh, ich glaube, das ist dieses Pulverzeug. Nur was man so... Ist es das? Ja, wie sieht die Verpackung aus? Das sind diese Obstdinge. Willst du gucken? Wirklich, hammergut. Warte, ich habe auch einen. Oh, das hatten wir ewig nicht mehr. Wie ist man das denn? Bäh. Glaub ich einfach so? Okay. Dann... Nee. So. Und das hat... Oh, ist das sauer. Das hat mir doch immer zum Geburtstag, oder? Ich mag aber scheiße. Mh, das hat mal lecker. Ja, hier. So. Next. Oh, du weißt, was das ist. Wieso weißt du es aber gleich? Weil das ist diese... Diese Lick... Diese, ähm... Wie nennt man das? Dip in Lick. Diese... Ja, die man so in diese Pulver tun muss. Den... Double Dip. Ja, Double Dip. Kennst du das noch? Ja, klar. Wie lange habe ich das nicht mehr gegessen? Ja, eben. Echt. Ich habe das früher immer mit, ähm... Amelie... Amelie? Ähm... Beim Kiosk gekauft. Da hat sie ihre Mama immer so 50 Cent oder so mitgegeben. Auf jeden Fall ist das so ein, ähm... Das ist Wizzle-Stick. Ich finde das auch nicht. Warte. Orange... Orange und Kirsche. Schleck-Pulver. 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 Und dann gibt es hier so zwei, so, ähm... So, was ist denn das? Traumzucker. Und dann musst du das einhecken. Ihhh. Das schmeckt. Das schmeckt wie dieser Bonbon bei der Apotheke. Ja. Diese roten Bonbons mit kleinen Kippen drauf. Ja. Ja, ja. So, was ist das? Das ist diese Frau. Mann, die hast du gesehen vorhin. Nein, habe ich wirklich nicht. Aber das merkt man, das merkst du wirklich. Was ist das? Die habe ich aber letztens erst gegessen. Das sind diese... Schleck-Pulver. Schleck-Pulver. Das hatten Sina und ich das letztens. Mit Sina? Irgendwie im Englern der Freundin und ich hatten das letztens. Und dann... Was soll ich mit so einer riesen Tüte? Ja. Ganz voll. Ich lasse die gerne. Ich weiß... Ja genau. Und dann rausgelegt, ne? Immer aufgemacht. Und dann... Irgendwie sauer. Boah, ich kann sie gerne hier gehen. Oh, ich habe so richtig coole Sachen teilweise dabei. Ja, das ist einfach. Das ist Pupreis. Wieso weißt du? Das ist voll leicht. Easy. Okay, Pupreis. Das sieht auch immer so aus wie früher. Und das gab es bei mir immer bei... Hier. Da war ich von der Apotheke. Mhm. Und da gab es gesuchtet und da gab es es halt immer. Und davon hat man sich eigentlich immer so eine Hand genommen. Dann auch mit Gestaubback. Und dann hat man sich das so in den Mund gestoppt. Mhm. Es ist immer noch einmal... Ich glaube, es wird immer noch was pratschen. Ja gut, das ist ein Getränk, aber was ist das? Ja, was willst du sagen? Er ist ein Wasser. Mach mal die Nase zu kurz. Das riecht noch ein Haar dazu. Ich rieche einfach nicht. Mhm. Oh, ist das süß. Oh, das ist dieses... Wie hieß das? Das ist blau oder rote oder so. Jaaa. Oh, wie geil. Das war was. Ja, ewig nicht. Alter, das schmeckt übel. Ah, süß. Ich würde es mit Wasser verdünnen, aber... Das schmeckt voll gut, ne? Ja, eigentlich schon. Das war sowas, wenn wir mit Mama... Wenn wir mit Mama einkaufen waren, dann könnten wir uns Powerade machen. Oh, das war... Hä, was ist das? Das ist ja eigentlich Pulver. Und das ist richtig leicht. Ihhh. Das hat's kriegen wir an die Glühgold. Haben wir gerade an Glühgold geschüttelt? Eww! Was ist das? Ist das was zu essen? Sicher? Das ist ein Nutty. Wo ist es denn? Hier. Ähhh. Ist das irgendwie schon geschimmelt? Nein. Ist das Zuckerwatte? Ja. Das ist die im Eimer, weißt du? Ja. Oh, wie geil. Nein. Ähhh. Die ist schon in der Kamera eklig. Die ganze Arten grün und blau und so. Aber wann hatte man die immer? Ich weiß es nicht. Ja, den behalt sich. Und damit hin. Was sind Bonbons? Ist das hier? Ja. Weiß ich. Ich versuch einen nach oben. Huchze. Ohhhh. Nee, die sind so klein. Ich hab gerade Oma's Boma aus, aber die sind so klein dafür. Die Boma's waren immer richtig groß. Weißt du, wo man so die ganzen Bocken im Moment hatte? Ja. Ach Oma Boma aus sind wir uns. Die Boma aus gewesen, die meine Oma oder unsere Oma immer im Schrank hatte. Vielleicht kannst du ja nicht so groß vor, weil du so klein warst. Das sind die, ne? Ja. Die waren so groß früher. Ist es was? Was ist das? Ich hoffe, dass ich mich nicht wusste. Das ist Plastik, ne? Ja. Das ist Plastik. Was ist denn das? Ja, Noli, denk ich mal. Nee, weiß ich nicht. Dieser Schnuller. Ja, doch. Die gab's doch immer in diesen Geburtstagstüten. Ah, bei der Markt. Guten Appetit. Da schmeckt nach nichts. Was ist das? Oh, das ist halb raus. Nee. Mach mal auf, ja. Was ist das? Nix. Oh, das riecht nach. Oh, das sind diese Kaugummis. Ja. 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 Die muss man auf Gas nehmen, oder? Ja. Oh, das wird runtergeschluckt. Oha. Oh, das ist lauer. Das ist alles. Oha. 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 Die ist sauer. Die ist nicht so jauig. Oh, das riecht man schon, das Pfefferminz auf jeden Fall. Ich kenn das irgendwie ja. Kenn ich kaum. Ich kenn das schon, ich kenn das schon. Ja, stimmt. Ich glaub, das hatte ich mal eine Zeit, wenn ich ja auch noch dieses Hammer gern und dann gab es immer zum Zeugnis. Oh, ist das so? Also, ich steck dir jetzt eines nach. Was? Mal A, der König. Das ist halt so ein Ding. Und jetzt? Oh, ich bin echt schlecht. Frankiemann ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und die haben wir früher nämlich auch, aber die gab es früher mal einzeln, ne? Die gab es gar nicht. Beim Kiosk gab es die mal für 5 Cent oder einfach für Stock. Ja, ja. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Der ist nicht sauer. Der gelbe... Oh, das ging voll. Ja, den man braucht. Ich kann nicht mehr. Der ist nicht mein ganzer Maag aufgesäuert. Der ist halt echt sauer. Der ist nicht sauer. Also, der ist nicht sauer. Das ist zwar eher einen Bauch Bitch. Der ist nicht sauer. Inær seauer ist защitник. Ist ja ganz schlimm. Ist ja noch schlimmer als der... Der Grüne! Ja, das ist ein Hund! Ist ja noch sauber gewesen. Ach ja! Also dann probier mal den. Ne, ich bin kein Werfstock. Ich hab fast schon gespuckt. Echt nicht. So, das war's auch schon mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Feedback positiv, negativ. Alles in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, 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 sehr freuen. Verlinke ich euch am Ende nochmal auf meinem schönen Bildchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao! So, das war's jetzt auch schon mit dem... Was war das? Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ja, es geht's los! So, das war's jetzt auch schon mit dem... Boah, ich meine, ich kann dich nicht reparieren. Hahaha. 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 Huha. Hahaha. Das hat ein Akku fehlt. Akku. Warum da?! Hahaha. 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 Kaut es etwas wie so... Ach so... Bis zum nächsten Mal.